Was willst du denn hier? Ich will dir helfen Ey, komm verpiss dich Nein, ich bleib jetzt hier Warum bist du so sauer? Ja, schon belastend 20 Aufrufe, 6 Kommentare bei 360 Abos, was soll denn das? Tja, da siehst du mal, dass sich niemand für dich juckt Mann, jetzt halt dein Maul Ey, komm runter Mann, ich schreib dir jetzt Fragen unter dem letzten Video und ich geh immer aufs Maul hauen Ja, schon mal, dass sich niemand für dich juckt